Also zuerst mal eine kleine Vorgeschichte. In Chrono Crusade geht es eigentlich um Chrono und Rosette. Die kommen dann am Ende auch zusammen und ja, wir wollen jetzt ein bisschen ein anderes Ende herzeigen, wie das vielleicht in unserer Zeit aussehen könnte. Hey Chrono, hast du denn eure Haare? Ja, ich hab's getrunken. Ja, ich hab's getrunken. Ja, ich hab's getrunken. Ja, ich hab's getrunken. Hi. Hey. Hallo. Chrono, ich hab gerade das Rosette getrunken. Was? Wie geht's? Mit wem? Meine Schwester. Okay, also eigentlich ist es egal. Ich hab' ich schon auch getrunken. Mit wem? Ja, Stella. Stella? Ja, du hast Maria. Hey, gleich zwei Mal. Ich will auch noch mal. Und wer will? Mit meinem Bruder? Das sieht überhaupt aus. Der ist doch viel zu jung. Ach, ich war nicht zu jung. Jetzt nicht. Außerdem hab ich mit dir auch schon mal was. Und wenn du aus Baden noch was kannst du. Du bist so ne kleine Schlampe. Das ist echt. Ich hab's nicht. Ich mein' ... Das ist auch nicht ganz das Beste. Ich mein' ... Ja. Ihr seid doch ... Irgendwitzchen. Reisein, oder? Ja, und ... Sag mal, bist du ein ... Ja, weiß ... Sie ist wie ... Du? Ein bisschen wie Schandil. Lassen wir den Streit einfach. Gehen wir heute in die Nachtschicht? Ja! Ja, und dann irgendwo anders hin. Kino! Kino! Kino? Ja! Ja! Aber da müssen wir uns teilen. Das fängt bald an. Tschüss! Tschüss!